Let's play Fallout 4 gibt's heute doch noch eine Folge hinterher, weil die andere, aber dann doch ein bisschen zu kurz. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Mist ist, neuerdings mit diesen Abstürzen, während, ähm, während dem Teleporten. Ich habe da jetzt noch ein paar Mal und wieder einmal sind die Texturen hier in Lexington einfach nur scheiße. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Das habe ich echt schon eine ganze, ganze Weile jetzt. Egal, gucken wir mal. Ich wollte jetzt auf jeden Fall heute noch eine Folge ausbringen, um einfach, ähm, das hier ein bisschen noch fortzusetzen. Weil in der letzten Folge waren wir ja dann, ist ja eigentlich nicht so, oh, shit, das wollte ich nicht. Nicht so viel passiert, letztendlich. Ah, guck on. Good to see you, you're finally back. Denton arrived here a little while ago, I already explained everything to him. He is on board to journey with us. Wer bist du? Kira Cain. Ist ein bisschen schwach, dass gerade eigentlich der Hauptcharakter keine, äh, keine Synchro hat. I'd like to introduce you to Kira Cain. She is going to be our team's combat expert. She saved me from some Super Mutants downtown. Ist sie vertont, zumindest? Man kann den Dialog auch nicht schnell fortsetzen. She is going to be joining us on the journey as well. A lot happened while you were gone. Denton managed to get into Maxwell's files. Also, Denton war bisher der beste von der Synchro. There wasn't much on there. Maxwell must have cleared it out before leaving here. We did find something interesting, though. A way to Stanton. Also, they have a way to the道 of Maxwell to get to Stanton. Stanton? Ist das eine neue Location? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Turns out, there's an old bunker near the ocean that has a passageway that leads to Stanton. It's northeast of here. Also, ein alter Bunker in the near of the ocean, äh, der wohl einen Tunnel hat, der nach Stanton führt. We'll take the passage and make it to Stanton that way. I don't know exactly how far north Stanton is, so the trend might take a little while. Also, we're going to be sitting down, but what's in my cooking? Trend, this is wirklich hier in the neue Ecke. Regardless, we're all getting ready to head out there now. As soon as we all get there, we can start the journey to Stanton. Tja, dann, lass uns doch aufbrechen. Are we all ready? Let's go to the bunker. You should run with us there. We might see some action. Ich habe sowas von. Ich könnte auch sagen, das ist ganz komisch. Ich meine, ich meine, Wenn du da vor uns gehst, finde ich irgendwo, zu sitzen und warten, bis wir kommen. Es ist schön, dich zu treffen, aber wir müssen in diesem Bunker kommen. Wohin müssen wir denn eigentlich jetzt? So, Denton ist schmott. On the road. Hey. Tja, die rennen alle in die Richtung, obwohl es in dieser Richtung ist. Warum sollte ich dann in die andere Richtung mit denen laufen? Nein, die zwei? Ey, wisst du was? Ähm. Ich werde den Teufel tun, ob da jetzt zur Ruf hinlaufen, den ganzen Weg. Diese scheiß Texturen. Warum ist das hier so? Eigentlich sollte es so sein. Na, da sind sie ja schon. Aber ich hatte irgendeine Mücke in den Finger gestochen. Eine des beschissesten Stollen überhaupt, wenn man in den Finger gestochen wird. Ich muss mich, ich meine, ich muss mich wieder öfter mit meinem Vertigo rumfliegen. Mal schauen, ob es da ein Update gegeben hat. So, und wir wollen jetzt da hoch. Ich lasse mich mal am Landhaus an der Küste raus. Ich weiß ja nicht, wie hoch. Ja, go, 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 go. Alles klar. Energie. Ziemliche Scheißwetter hier heute mal wieder im Commonwealth. Ich hoffe ja nur, dass das jetzt auch alles so funktioniert, wie es soll. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh raus. Hilft dabei den Kontrollpunkt zu verteidigen? Ja, jetzt bestimmt nicht. Irgendein Stolz? Die Quest muss ich auch noch machen auf dem Safe Game. Mal gucken, vielleicht entscheide ich mich diesmal anders. Na, da habe ich neulich mein Mod-Video gemacht. Hab gar nichts das Zeug abgebaut. Landung erfolgt an Zielposition. Danke Captain. Guten Flug. Ciao, ciao. So, ich bin mit Sicherheit als erster Dorf. Hoffentlich kann ich nicht irgendwo hinsetzen. Ah, das ist hundertprozentig der Bunker. Der ist irgendwie neu. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, dass der hier schon immer war. Ah, ah. Wo kommt die hier? Ja, great. Wir sind alle hier jetzt. Let's go in, but we need to be careful. There might be an ambush waiting for us. Ja, dann lass uns doch mal reingehen. I'll protect the weaker sex. Don't worry. Hey, who are you calling the weaker sex? Shut up, both of you. Let's not all get distracted. Our friends, you will leave the way. Weil der irgendwie nicht vertont ist, reißt das Ganze irgendwie so ein bisschen da raus. Die zwei Reden und er nicht. Okay. Arbeiten wir uns durch den Bunker. Und schon wieder der geile Nebel, wo man nur zwei Meter weit sehen kann. Das ist immer so richtig geil. Ah, hier schon mal nicht. Hoffentlich bleibt es auch so. Schön gemacht. Das war mit Sicherheit so geplant, dass man sich in die Hosen scheiß und die Tür aufmacht. Passieren und ich gehe seine Hosen! Ich versuche den anderen ja hallo ich bin übrigens richtig froh dass ich so viel hilfreiche leute hier im team haben das sehen könnt bin ich ja gerade der einzige der noch am leben ist so erst einmal den da naja boah was für ein gemetzel ist aber schon gut gemacht jetzt hier so wieder alle auf dem dampfen noch mehr na gut ihr könnt da hinter der tür stehen bleiben wenn ihr wollt ich geh da mal weiter es versperrt ja die kommen echt nicht hinterher jetzt so gefahren gebohnt so viel dazu oh gott sind noch viel mehr ach kommt es da wie machen wir das am besten ich würde sagen wir packen einfach sehr viele ghoul in den gang und dann wird das schon spannend wo ist denn warum ist denn die nicht mehr explosiv sorge mal weil schron sind die war doch immer auf explosiv ich wundere mich schon warum es denen nicht die füße wegreißt die ganze zeit und dann machen wir es heute so das sieht jetzt aus hier was ein gemetzel red away nehmen das ist natürlich jetzt die fragen aller fragen komme ich hier überhaupt weiter wenn der volle da hinten in der wand rum hängt weg oh gebrochen ha haben wir es jetzt schlüssel erforderlich schlüssel erforderlich kommen nirgendwo durch es wurde schlüssel erforderlich möglich haben wir noch mehr moment ich hatte meine neue minigun die habe ich doch was ich waffe habe ich das gelegt habe ich die nicht mehr der 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 und die anderen die werden jetzt hoffentlich hinter mir sein ja oh my god it's a car it looks like it's in great condition we could use it to drive up to stenten Es würde nicht so lange dauern, als zu kämpfen. Ja. Ich kann. Das ist wirklich großartig, Akira. Hoffentlich können wir unseren Weg dort finden. Ja, ich kann auch fahren. Nur so. Before we go, I just need to make sure something's clear for you. We're going to be gone for a long time, while we hunt Maxwell down. Ja. If you have anything urgent you need to do in the Commonwealth, I would do it before heading out. Like I said, we're going to be gone a long time. Das ist ja voll eine kleine Furz, also dazwischen. Ja, ist okay. Red weiter. Ja. Ich bin bereit. I'm ready. Ready. Are you sure I can't take anybody with me, or... No. Ich hab ne Frage gesteuert. No, you can't take anybody else. Like I said, there just isn't enough room for more people. Why would you need combat help with three other people? Ja. Weil ihr gern an Mauern hängen bleibt, während ich es mit 50.000 Ghoulen zu tun hab. Okay. Let's go. Great. Well, we'll get Maxwell. I know it. Okay, everyone, get in. We're leaving now. Kiro, you drive. Let's go to Stanton and kill Maxwell. Well... Dann muss ich vielleicht am Morgen doch noch ne Story-Folge machen, wenn man da das erst fertig machen muss. Hoffentlich stürzt das Spiel nicht wieder ab. Anscheinend nicht. Jetzt haben wir jetzt mit dem Auto gefahren. Und jetzt? Sind wir da? Great. You're finally awake. We have a problem. A big one. Dent and Kiro went ahead this morning to look for a way through the tunnels. Okay. Ja? They said that they would return in 20 minutes, but they've been gone for several hours. I didn't want to wake you, so I've been waiting here. Hm. Hm. Mhm. Aha. We have to look for them. I really hope nothing bad happened to them. Let's go. Find Kiro, find Denton. Okay, das war's. Aber jetzt dann mit dieser Folge... Äh, und morgen, ja. Gibt's heute nochmal ne Story-Folge mit James Price Denton und, äh, unserer emanzipierten Kiro. Bis dann. ... ... ...